Dem Alltag entfliehen. Sich einfach einmal treiben lassen. Entspannen Sie im Staatsbad Pyrmont in wohltemperiertem Sohlewasser. Oder lassen Sie sich im Strömungskanal und sprudelndem Wasser zahlloser Massagedüsen verwöhnen. In einem der traditionsreichsten Badeorte Europas. Erholung, Wellness und Ruhe stehen im Staatsbad immer im Vordergrund. Hamam, die türkische Seifenschaumassage, wird traditionell mit einem extrem weichen Peeling-Handschuh zelebriert. Ein Sohle-Wannenbad im Gesundheitszentrum ist immer eine Wohltat. Genauso wie die Wärme eines Moorbades. An einem herrlichen Sommertag bietet der Churpark mediterranes Flair. Auch das städtebauliche Ensemble, zum Beispiel das Schloss oder der hüllige Born, sind immer einen Spaziergang wert. Und natürlich genießen Sie überall die heilende Wirkung des Wasser. In einem Staatsbad, das Ihnen im Herzen Deutschlands die perfekte Erholung bietet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017